So, der Kollege fährt jetzt. Ganz genau. Und heute ist es frei, oder? Nein, heute bin ich für die Geisern verantwortlich, weil ich bin ja auch für die Gastronomie verantwortlich. Ja, ich bin nicht nur Kapitän, sondern ich darf auch wirklich von der Geisern sein, die einzigste Alm, die nur zu Fuß oder der Schiferei vor ist. Und der Aachensee ist wirklich ein Kleinod unter den ganzen Seen, denn er ist ein See, der überall frei zugänglich ist. Das heißt, schnappen Sie Ihre Badehose und springen Sie überall rein. Es gibt keine privaten Badehütten oder Bootshäuser. Aber der Aachensee ist ein See für die Leute. Und das meine ich, ist wirklich ganz, ganz was Besonderes. Darum ist er auch mein See. Hier auf der Alm passiert ja einiges. Heute sind die jungen Züllertaler da, aber es gibt auch regelmäßiges Programm. Wir haben jeden zweiten Sonntag einen Frühschoppen mit der richtigen Tantelmusik. Sechs Vollblutmusikanten, die wirklich Musik machen, bis es Frühjahr war. Und das ist wunderschön und wir haben am 13. September unser Geisernfest, wo wir nur regionale Schwankerl verkaufen und ein riesen Showprogramm ist mit Musikanten. Und das ist mittlerweile schon ein Fest der Region, muss man sagen. Und geöffnet ist es praktisch das ganze Jahr bis auf Weihnachten? Jetzt sind wir vom Mai bis Oktober. Das ist die Saison der Geisalm und im Winter machen wir eine kleine Pause, damit wir im Sommer wieder frisch da sind. Und das ist die Saison der Geisalm und im Sommer wieder frisch da sind. Und das ist die Saison der Geisalm und im Sommer wieder frisch da sind.